also hier wir haben dass jesus geboren waren im winter im sommer kann das sein dass auch in bibel in neue testament ja habt ihr was gesagt okay genau ja ich bin gleich fertig also ist kann sein dass im bibel auch gibt es eine hinweise dass jesus im sommer oder im winter die kreis gibt es in lukas 2 zum beispiel 8 sagte dass man hier ist geboren dass die schäfe mit ihrem herzen draußen schlafen in viele glauben ich habe mit welchem gerät sagt du mir was dort war nein im dezember ist sehr kalt teilweise sogar schnee in palästina sehr kalt also am tag war im sonne kommt es war aber man sehr kalt die schäfe schlafen nicht raus hier ist wieder eine beweis dass jesus geboren im sommer also hier haben wir koral sagt sommer und bibel sagt auch im sommer deswegen jesus ist nicht geboren im winter und und und